Hi Leute, es ist alles Servus von uns im... Ähm... Ähm... Warte mal kurz. Ich muss kurz was machen. Da bin wir da. Im vierten Part von Nieferspeed Most Wanted. Ja, es hat mir jetzt ein BMW M3 Kopie geholt. Und... Wir fangen jetzt mal los. Ich muss kurz die Farbe ändern. Habe schon. So. Hopper Run. Okay. Ja. Ah, das war mir nett. Oh. 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 Naja, okay. Ohne Nitro, ohne alles, ach das schaffen wir schon irgendwie. Ich bin leider immer noch 6 da, du. Wir schaffen das schon irgendwie, wow. Ja, das war ein bisschen schwer, auch ohne Nitro, aber... Wir schaffen das schon. Wow. Das war knapp. Okay, 2,3 Meter noch. Wow, wo kam die her? Nein, oh Mann. Hm. Und... Deal 1. Doch noch geschafft. Okay, ein bisschen Hinterhalt, aber... Wir sind hier in freiem Land. Wir haben jetzt Nitro, anwenden und Geländereifen. Und einen Crash gemacht. Alle Kopf hinter uns. Tempojagd, Rundkurs, Sprintrenn. auch im moment ein start wenn wir ein bisschen nicht mehr irgendwo hin auf helfen laufen wir ja wohl schlecht viel liegende kops nein 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 okay gut wir müssen es irgendwie schaffen okay gut wir müssen irgendwie auch abschütteln ja so ein bisschen speed bekommen aber wie kriegen die cops uns wenn die kein nitro haben haben die so ein polizei nitro polizei nitro aktiviert so naht hey du schubst wird nicht krampte auch nicht jetzt aber schnell okay ich hab jetzt noch eine minute zehn sekunden schreckt die einfach nicht abgeschüttelt schreckt die ein von hat abgeschütteln schrecklich ab warum man Danke. Okay, da ist noch einer. Oh Mann. Ich glaube, wir schauen nur selber. Aber warte. Ich könnte noch was probieren. Ich habe aber kein Detrom mehr. Jump! Nein, Mann. Das wäre so cool gewesen. Aber nö. Wir sind ja natürlich. Okay, wir kriegen nur selber. Naja, ja. Hättet ihr ja besser laufen können, aber... Ist gut, dass ihr mich verloren habt. Das war so gut am Anfang. Die werden ja immer besser hier. Oh Mann. Ein langes Duell. Super. Schon wieder ein Verschwammenschulverlust. Ging. Ich weiß, ich habe gedacht, das wäre so eine Ecke oder so. Okay. Oh Mann. Oh Mann. Shit. Oh Mann. Super Na ja, Hauptsache wir schaffen das überhaupt Ich hab noch nicht mal Silber Die sind aber echt hartnäckig Erst mach nur nen Versuch, also, ne, das hätte ja Stunden gedauert und Und Man, darauf hab ich echt keinen Bock Ach mann Ich war gecrashed Wenn ich mal bitten darf Können wir in den Kommentar halten, was Scheißen sollen wir in 1048 Hitschisch Huf Hm Wir könnten's uns jetzt locker schaffen Jetzt Huf 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 це genau so dasselbe wie am anfang super das hat jetzt ein bisschen dauert aber was soll ich machen und weg geht ja leider schlecht das war ja schon gut genug ach man warum musste auch das stehen klatsch nicht mehr leute ok ok Ja, schon ein bisschen jetzt blöd, dass es immer so lange dauert. Ach man, irgendwas steht ja immer, stehen die immer voll im Weg. Ah, noch. Ach, wisst ihr was, ich hab keine Lust, er ist stundenlang. Ach, Scheibenklaster, ich musste ja gerade weg, ach man, warum gilt das denn nicht? Egal wie man jetzt das drin, ich hab jetzt keine Lust deswegen, dass wir jetzt, ich hab... Ich bin schon 15 Minuten gefahren, nur wegen dem Rennen hier. Okay, Tempo-Jagd. Danke. Ja, dann schon mal ein bisschen ruhig an die Sache jetzt, weil... Naja, ähm... Ich hab keine Ahnung, also das... Also... Was gibt's jetzt zu sagen, ähm... Wie waren eigentlich eure Ferien? Gerade mir in den Kommentaren schreiben wir, was ihr schon gemacht habt. Also ich hab in den Ferien ein bisschen Fußball gespielt mit Kumpels und... Ja, ich musste mit meinen Eltern einen Garten machen und konnte ein bisschen aufnehmen, aber sonst... Sonst war Ferien super. Naja... Hört mir in den Kommentaren ja schreiben, wie eure... Ah man... Ähm... Ferien war... Ich würde sagen, es schafft nur Silber. Naja... 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 Ist ja besser auch in Ordnung. Wir werden Rennen reifen jetzt. Krass, schon 1,5 Millionen Speedpoints schon. Äh... Eigentlich könnte man da eigentlich reinfahren, aber... Naja... Mhh... Rennen... Rennen... Naja... Hände halten... Ne... Danke... Ah! Warte mir hin! Sprintrennen! Ok... Ok... Rum Chasers kriegen wir wieder... Ok... Ah, das ist das Rennen, ok. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir die Rennen ja immer doppelt machen. Super. Verstanden, also bleibt nur ein Code 3 genehmigt. Nein! Ah man, das wäre echt super gewesen am Anfang, aber egal. Wirklich, das ist ein Totalschaden? Wow! Wow. Das ist echt nicht cool, Leute. Nicht cool. Hm. Joa, Kopf durch die Wand. Oder Kami Katze! So, nach zwei Kilometer noch, also das packen wir doch. Außer die Cops lassen uns nicht. Dann haben wir ja schon ein Problem, aber... Das kriege ich schon irgendwie geregelt. Zentrale Verdächtiger ist zurück. Ich setze mich wieder hinter Ihnen. Ich bin gerade vor... äh, hinter einem. Zentrale müssen einen Platz vorlegen, um an den Rappern dran zu bleiben. Verstanden. MEC Update an alle Einheiten vor uns. Kleiner Leck. Kleiner Leck. Und... gewonnen! Jaaaannnnn. Anwenden. Wow, wie kaputt er jetzt ist. Nein! Na super! Kann es sein, dass... so... 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 Okay, jetzt soll ich davon kuscheln ein bisschen, ach nein, 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 Mann, das kriegen wir doch nie nebenhin, jetzt nur noch schön mit viel Glück. Obwohl die eigentlich alle nahe beieinander sind. Oh, Glück gehabt. Nein, gib's doch nicht, Mann. Ich mach das jetzt nochmal neu. Ach, Mann. Ja, brauche ich nicht. Nachdemhin kriegen wir ein besseres Nitro und dann tust du dann die Mausfonte dann herausfordern. Ja, okay, der hat ein 180 gemacht. 80 meinte ich mit, dass er 180 Grad gedreht hat. Dank mir. Wow. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Naja, im Invent... Ach, danke! Mann. Komm schon, mindestens zweiter. Oh, der erste. Komm schon. Jetzt mit viel Speed. Zweiter. Na, super. Naja, egal, Prallschutz. Naja, im Invent... Okay. Hey. Die machen hinten schön Chaos und wir machen... Mossfonte dran, oder? Jo. Äh, nein. Auch Glück habt. So, mit der 7. Cool, wir sind genau in der Nähe. Perfekt. Das war... Das war natürlich... Was wir jetzt hinkriegen und das war natürlich geplant. Oder so. Oder? Ja. Ja, klar, das war alles. Das war geplant. Da ist er. Mal sehen, was Auto das ist. Lexus L-F-A. Gucken wir uns das an. Wow, der sieht geil aus. Ja, meinst du wohl illegal ist, Mossfonte dran. Oh. Nagelband. Zentrale, Einsatzleiter muss neue Taktik frei geben. 106, standby. Wow. S-50, Radar hat sein Fahrzeug zerstört. Achtung, Einsatz von Nagelbändern ist jetzt genehmigt. Nein! Oh, shit. Ebenleistung. Ich hab doch mal das mit diesen Reifen. Nein, Leute. Mist. Das hätte ja so gut laufen können, aber er musste ja ein Nagelband werfen. Egal. Kennen wir schon. Weiter cool, noch einen coolen Jump hinlegen. Nagelband auf der linken Spur. Aber vor Radar, das ist eine ganz schön lange Strecke. Wow. Schmacktisch auch, aber so selber auch nicht. Der Gegner war doch die ganze Zeit auf der Straße. Alter, ist schmett. Egal. Bullseilo, Kopslogik. Ey. Ja. Scheibenklässer. Ja. Boah, das war klö- Nein! Nein! Bitte, 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 bitte. Nein! Scheibenklässer. Okay, jetzt brauchst du ihn in der Tankstelle. Mist, ist hier irgendwo eine Tankstelle? Nee, jetzt kann der jetzt so weitergehen. Ach, Mann. Warum müssen hier alle auch immer Nadelbänder werfen? Hm. Es war so cool, locker, flockig. Demo ist vorne drin und was ist. Ich glaube, es müssen ja hier Nadelbänder verteilen. Und ich bin runtergefallen, Mann. Hm. Ich bin runtergefallen, Mann. Kanalcheck, Kanalcheck. Hier Einsatz zur Verfolgung des D-44. Over. D-6, Standby. Hm. Zentrale brauchen Verstärkung. Wir sind wieder Hase los. 11-1, einschränkt dem Gebiet für Wurtein. Verfolgung benötigt. Over. Zentrale, wir haben Zubereit auf der Straße. Over. Zentrale, D-44. Okay, der ist ganz schön weit vorne. Wow. Oh, Glück gehabt. Hm. 10-44er fahren mit hohem Tempo weiter. Zentrale, Verdächtiger ist wieder unterwegs. Code 3, Einheiten bleibt dran, die werden einen Fehler machen. Ich hoffe, dass der Mosswater-Typen Fehler macht, sonst kriege ich ihn gar nicht mehr. Okay. Glück gehabt. Oh, Glück gehabt. Einheiten vor den Zugang zur Rücksprache mit Einsatzleitung, over. T-5. Ame. T-5. T-5. Ame. T-5. 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 Hallo? Ach man. Das ist doch nicht wahr, man. Der Demo hat den Most Wanted. Er ist der Most Wanted. Ich bin nur der... Räscher. Ja, der Räscher. Okay, das ist genau vor mir. Wenn ich jetzt bloß keinen Fehler mache, könnte ich ihn noch bekommen. Davon ist er auch schon. Danke fürs Ausschapsen. Ja, ich hoffe, das bleibt doch so. Es darf kein Nadelband geben. Kommt immer näher. Okay. Uff. Leck, leck und gewonnen. Okay, jetzt müssen wir nur noch den LF-Anrohr bekommen. Aber es ist einfacher als ein Rennen gegen ihn. Super. Cool, aber leider der Fall ist schon. Der ist gut, also... Oh, shit. Oh, man. Danke, dass ihr mir so blöd... Ja, und jetzt muss man die Suche nochmal neu anfangen. Weil der Most Wanted sich jetzt irgendwo vergraben hat. Aber dann müsste er gleich wieder aufkreuzen. LFA, ich warte auf dich. Wo bist du nur hin? Ne, erst, wo bist du? Da ist er! Hab ich noch gerade auch gesehen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Manchmal hat er fast gehabt. Sorry, dass jetzt... Der Part jetzt länger wird als sonst, aber... Das gibt's doch nicht. Wollt er denn noch hin? Ah, da bist du ja. Jetzt aber... Nein. 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 Komm schon. Nein. Wo gilt der denn jetzt nicht? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ach, Mann. Jetzt hängst du ja natürlich schon an den letzten Ach super, man Tut mir leid, Leute, aber Das ist doch blöd, das kennt ihr doch auch, wenn ihr den Typen jetzt besiegt habt, den ganz normal rein, und dann klappt es einfach nicht, dass man den irgendwie nicht kriegen kann. Das ist doch blöd, die KI hier. Es muss wieder stundenlang warten, bis er wieder auftaucht. Egal. Ja, was gibt es noch englisch zu sagen, was ich schon nach Let's playe, weißt du nicht? Ich guck mal. Und ja. Ja. Ich mach nur die Most Wanted, also online mach ich nett, also ich seh kaum welche Online-Chats ich, also nee, nee. Oh, der Verlassersuche. Nee, aber. Ach, kommt schon. Wo ist er denn jetzt nur hin? Ich mach nur die Most Wanted und dann ist mein Projekt hierfür dann Bandit, also zählt dann als Bandit. Ich will aber auch nicht alle Autos sammeln, also und alle Schilder kaputt machen, nee. Da hab ich keine Lust. Und wo ist denn denn wohin? 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 Hm. Weißt du was? Ich mach mal kurz was. Hm. Es geht wieder zur Stadt. Hm. Ich kann mir erst, dass das jetzt so lange dauert, aber... Aber... Das ist... Oh? Okay, also ist hier 100 Switch erlaubt, okay. Weißt du was? Ich fahre jetzt nochmal zur Stadt. Das ist er! Ja, danke. Und... Gegenverkehr, Gegenverkehr. Bam! Endlich hab ich dich! Ex-F-F-A. F-L-F-A. Na, endlich. Okay, Leute. Ich bin in dem Part. Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen zu lang gedauert hat. Wegen der Gast-Suche. Und nächstes Mal geht es weiter. Vergiss nicht, abonniert und kommentiert. Ciao. Ciao. Ciao.